Verbrauchermagazine in Deutschland haben unter anderem von dieser Klinik berichtet und damit war sie eine der Kliniken, die in die engere Wahl kamen und letztendlich war es dann ein persönlicher Kontakt zu einer Patientin, die gesagt hat, toller Service, gute Qualität und dann habe ich gesagt, probieren kostet wenig und so war ich hier. Vielen Dank.